Erkunden Sie den Raum hinter dem Roten Vorhang Am 3. August überfallen die Deutschen Belgien. Am 4. Stimmen die Sozialdemokraten aus vaterländischer Verantwortung für die Kriegskredite und retten so ihre eigene Haut. Am selben Tag verübt die deutsche Armee ihre ersten Massaker in Belgien. Es folgen Tausende, bald Zehntausende Tote täglich. Die gräben der Schlamm und das Gas, die das Leben ersticken. Doch nicht so schnell. Bleiben Sie stehen. Drehen Sie sich um. Bewegen Sie sich rückwärts durch den Raum. Es ist der Morgen des 29. Juli 1914. Der Tag nach den großen Antikriegsversammlungen. Sie befinden sich im Maison du Pöbler in Brüssel. Die anderen sind schon da. Wenn Sie mögen, umarmen Sie sich wie einen Freund, den Sie lange nicht gesehen haben. Rosa Luxemburg, die kennt jeder. Sie ist hier als Delegierte der polnischen Arbeiterpartei. Finden Sie eine gemeinsame Position. Kommen Sie mit allen anderen in der Mitte des Raums zusammen. Die Tagesordnung sieht einen Antrag von Vaillant und Kerr-Hardy vor. Unter allen Mitteln, welche angewendet werden sollen, um Kriegen vorzubeugen und sie zu verhindern, hält der Kongress als besonders zweckmäßig den allgemeinen Streik der Arbeiter. Wir müssen uns sobald wie möglich versammeln. Wenn es morgen möglich wäre, dann schon morgen. In Paris. Rufen Sie auf nach Paris. Auf nach Paris. Ziehen Sie den Vorhang zwischen Bühne und Zuschauerraum beiseite. Holen Sie sich jeder einen Stuhl aus der ersten Reihe im Zuschauerraum. Am Abend ziehen die Delegierten zum Cirque Royale ein paar Straßen weiter. Nehmen Sie ihn mit auf die Bühne. Die 5000 Plätze sind voll besetzt. In den Gängen stehen die Menschen Kopf an Kopf. Und in den engen Straßen um den Zirkus drängt sich die lähmende Menge. Das internationale Meeting zur Verteidigung des Friedens. Die Arbeiterklasse selbst will intervenieren und handeln. Sie will Handelnde im eigenen Drama sein. Das Publikum ist außer sich. Stürmen Sie die Bühne. Geschichte ist ein Albtraum, aus dem ich zu erwachen versuche. Schauen Sie Ihrem Gegenüber in die Augen. Wie kann ich mir sicher sein, dass diese Person nicht genauso ist wie ich? Ein Mensch, der zu allem in der Lage ist. Sieht so das Gesicht Ihres Mörders aus? Gehen Sie langsam weiter aufeinander zu. So weit, bis Sie die Ellenbogen des anderen berühren. Schauen Sie sich die anderen an. Wenn Sie international Solidarität üben wollen, müssen Sie national zum Asozialen werden. Die Bindung ablegen, die immer schon über Ihre Zugehörigkeit bestimmt. Das Überleben statt das Opferwählen. Was wird das für eine Welt sein, in der man sich in kollektiver Fahnenflucht übt? Und was wären das für Menschen geworden, die sich dem Befehl, sich gegenseitig zu töten, widersetzen? Sie können den Raum verlassen, wie in jedem Theater. Aber den Raum der Gesellschaft, wie können Sie den verlassen? Den Raum der Nation, den Raum Ihres Geschlechts? Sie können sich verweigern. Aber haben Sie sich auch der algorithmischen Durchdringung Ihres Alltags verweigert? Leben Sie ohne Bankkarte, Handy und Internet? In deren Nutzung Ihr Leben, Ihre Wege, Ihre Begierden transparent und berechenbar werden? Willkommen zum Pädagogium der Verweigerung. Was immer Sie jetzt tun, es ist Ihre Entscheidung. Sie können jetzt gehen oder stehen bleiben. Sitzen oder rennen. Liegen oder fliegen. Null oder eins. Blockade oder Strom. Dreieckig werden oder linear. Flüchtig oder manifest. Schnell oder langsam. Ihre Entscheidung. Jeder von Ihnen entspricht einer statistischen Größe. Das bedeutet keineswegs, dass Sie selbst zu Statisten der Statistik werden. Im Gegenteil. Das Pädagogium der Verweigerung versucht, die Grauzonen zwischen 0 und 1 zu erkunden. Ein Rest Unkontrollierbarkeit in einer Gesellschaft, die alles kontrollieren will. Versuchen Sie verschiedene Haltungen. Knien Sie nieder. Ducken Sie sich. Küssen Sie den Boden. Ermächtigen Sie sich. Strecken Sie die rechte Faust in die Höhe. Die Wahrheit kommt vor in der Lehre vom Einverständnis. Das ist die Lehre von der richtigen Haltung. Probieren Sie verschiedene Haltungen aus. Die Wahrheit ist ein Kampfmittel der unterdrückten Klassen. Bei dem Einnehmen der richtigen Haltung wird die Wahrheit zutage treten. Sind andere Haltungen vorstellbar? Haltungen, die andere Handlungen ermöglichen? Unsere Handlungen können wir erst verweigern, wenn sie nicht mehr von der Not, sondern von unserer Haltung kommen. Eine Haltung nicht des Einverständnisses, sondern der Verweigerung. Welche Haltung wäre dies? Können Sie sich auf eine Haltung der Verweigerung einigen? Treten Sie in den Generalstreik. Tun Sie nichts. Ihr Gehirn ist im Übrigen gar nicht faul. Das Default Mode Network etwas holprig, aber dem Sinn nach richtig als Ruhezustandsnetzwerk übersetzt, ist ausgesprochen engagiert. Nein, es arbeitet nicht. Das wäre die falsche Vorstellung. Im Default Mode Network fliegen die Informationen, wenn es denn überhaupt noch Informationen und nicht seltsame Reste unbekannter Herkunft sind, wie Schmetterlinge umher. Doch ganz ruhig muss es sein. Ganz faul. Denn eine plötzliche Bewegung, ein klarer Gedanke. Und sie sind fort. Sich zu verweigern, heißt zu rauschen. Gehen Sie durch den Raum. Machen Sie das Geräusch des Rauschens. Rauschen Sie wie ein Radio. Jede Revolte lässt sich nur ausgehend von einer Verstärkung des Rauschens konzipieren. Sie können nicht auf Null oder Eins reduziert werden. Rauschen Sie lauter. Natürlich ist das Rauschen metaphorisch zu verstehen. Es ist, wie die Gruppe Ticun erinnert, eine Verstärkung nicht-konformer Akte, die vor allem nicht-konform sind, weil sie sich den Kanälen der Kommunikation entziehen. Ein Tier werden. Gehen Sie auf allen Vieren durch den Raum. Tier werden. Machen Sie den anderen deutlich, dass Sie auf allen Vieren nur etwas suchen. Sprechen Sie mit sich selber. Wo ist denn nur mein Schlüssel? Erklären Sie dadurch den anderen Ihr Handeln. Wo ist denn nur mein Schlüssel? Irving Goffman nennt die für andere unverständlichen Handlungen okkultes Engagement. Legen Sie sich auf den Rücken. Strecken Sie Ihre Gliedmaßen in die Höhe. Die Arme, die Beine. Das Tier werden ist eine bewegungslose Wanderung auf der Stelle. Käfer werden des Menschen. Und umgekehrt. Es gibt überhaupt keine Tiere und Menschen mehr. Kreiseln Sie langsam durch den Raum. Eine eigene Bewegung, die nur Ihre Bahn beschreibt. Träumen Sie von einer kollektiven Idiotie. Es bildet sich eine Kette. Versuchen Sie, durch diese Kette hindurch zu kreiseln. Teil der idiotischen Asozialität zu werden, ist eine Möglichkeit, eine kollektiv geteilte Weite außerhalb der Erfassung zu betreten. Ein Fallen aus Rastern. Ein Ausweg aus den Sackgassen der Kritik. Brechen Sie durch die Kette durch. Die großen Verweigerer des 20. Jahrhunderts waren Schizos. Eindrückliche Präsident Schrebers Brüllwunder, mit dem er die Aufzeichnungen seiner Gedanken verhinderte. Ein weiteres von Schrebers Gegengiften. Zählen. Bleiben Sie in Bewegung. Zählen Sie bis 14. Und brüllen Sie dann. Brüllen Sie so lang, wie Sie eben noch gezählt haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Ja! Halten Sie ein. Werden Sie wachsam für das, was das Warten zu einem Akt der Unentschiedenheit macht. Horchen Sie in sich hinein. Wachsamkeit, vom Warten zerstreut, die sich schließlich zum Unerwarteten kehrt. Legen Sie sich so hin, dass es Ihnen bequem ist. Die Dauer des Schlafes hat sich im Laufe der Jahrhunderte verkürzt. Schliefen die Menschen Anfang des 19. Jahrhunderts noch durchschnittlich zehn Stunden, sind es zu Beginn des 21. Jahrhunderts nur mehr sieben Stunden. Dabei verweigern sich die Menschen schlafend den Zumutungen des Alltags. Schließen Sie die Augen. Sind Träume nicht immer auch kollektiv? Den Schlaf als Verweigerung träumen. Kehren Sie genau an den Ort auf der Bühne zurück, an dem Sie zu Beginn des Pädagogiums standen. Die Aufforderung zur großen Verweigerung bleibt abstrakt. Außerstande ein politisches Realitätsprinzip taktischer Regeln, strategischer Maximen und organisatorischer Imperative zu entfalten. Gehen Sie wieder vorwärts. Die große Verweigerung. Heute müsste sie all die Feedback-Schleifen die Rückkopplungen aussetzen, in denen ihre Person, ihr Körper, sie selbst mit den kybernetischen Systemen verfaltet ist. Denn durch die technologische Formatierung in den sozialen Netzwerken wird nun jeder zum Beobachter der anderen und ein von ihnen Beobachteter. Als Darsteller ihrer selbst forcieren sie den Prozess der selbststeuernden Wandlung. Jeder ist jetzt zugleich Publikum und Darsteller. Wärter und Insasse. Therapeut und Patient. Das politische Realitätsprinzip des Ersten Weltkriegs waren seine endlosen Leichenfelder. Wie können wir im Vergangenen den Funken der Hoffnung anfachen? Wie können wir das Werk der Befreiung im Namen von Generationen Geschlagener zu Ende führen? Die große Verweigerung. Beginn einer Gesellschaft, die nicht auf Konkurrenz gründet. Einer Gesellschaft ohne Nationen, die einander massakrieren. Oder miteinander um ihre Einflusssphären konkurrieren. Verweigern Sie den Tod. Verewigen Sie das Leben. Feiern Sie das Erwachen der Leiche. Feiern Sie das Leben. Verweigern Sie das Leben. Bis zum nächsten Mal.